Das ist nun der Blick auf das Hotel Cavalieri. Heute ist der 10. April 2011. Es ist ein wunderschöner Tag hier auf Malta. Es hat sicher schon 22, 23 Grad und ich stehe hier vor der malerischen Paluta Bay hier in St. Julien's. Begleiten Sie mich, denn wir besichtigen jetzt gleich das Hotel Cavalieri. Ein sehr schönes Hotel hier im Herzen St. Julien's gelebt. Ihr Robert Klebeck Ich bin jetzt hier beim Hotel Cavalieri in St. Julien's an der Spinola Bay. Die Rezeption. Die Lobby. Und von der Terrasse der Rezeption Seberle blickt man auf die Poolterrasse und auf den Swimmingpool. Und von hier aus hat man einen sehr schönen Blick in die Spinola Bay von St. Julien's. Es gibt hier im Hotel ein Heimbad. Das ist das Schwimmbad. Hier überstiegen ist der Einstieg ins Meer. D Hof ist der Einstieg ins Meer. Hier überstmens Claro. Die Liebe, es ist das so. Hier überstetig. schemert ne ageinas. Das ist die Lobbybar. Hier im Hotel gibt es einen sehr guten Cappuccino und den lassen wir uns in Schweden nach dieser Hotelbesichtigung tun. Das ist der Blick auf die Marina Porto Masso und auf das Hotel Hilton. Das ist nun der wunderschöne Blick in die Paluta Bay von St. Julien. Ich bin jetzt in einem Standard-Doppelzimmer. Alle diese Zimmer verfügen über Satelliten-TV und auch einen Balkon haben die Zimmer. Alle Zimmer haben auch einen Wasserkocher für Tee und Kaffee. Der kleine Balkon. Und dieses Zimmer hat einen sehr schönen Blick auf die Paluta Bay. Und die Badezimmer verfügen über Bad, integrierter Dusche, Bidet. Hier die Badewanne und die Dusche. Und jetzt bin ich in einem Zimmer mit Blick auf den Hafen Porto Masso und natürlich auch mit Meerblick. Es haben ja hier alle Zimmer mehr Blick ausgenommen, die im ersten Stock. Das ist der Blick jetzt über die Spinola Bay von St. Julien zum Hotel Cavalieri. Das ist der Blick auf die Badewanne und die Badewanne.